Europa wird bürgernäher. Wir haben jetzt im Europäischen Parlament beschlossen, dass eine Million Menschen in ganz Europa eine Initiative starten können, wenn sie auf europäischer Ebene eine Gesetzgebung initiieren wollen. Damit wird das, was wir auf kommunaler Ebene oder in Bayern auf Landesebene kennen, auch in Europa eingeführt, nämlich die direkte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern im europäischen Gesetzgebungsprozess. Europa wird bürgernah, es wird transparent und Menschen beschäftigen sich damit. Ich kann nur alle auffordern, wer hier Ideen hat, Initiativen starten will, hat meine Unterstützung. Europa lebt von der Unterstützung der Bürger. Mit dem Bürgerbegehren wird dies jetzt auch institutionalisiert.